hallo hallo herzlichen willkommen zum neuen fordlight shop heute am freitag den 18 november und wir gehen gleich noch über ab nach oben und hier haben wir den neuen vorgestellten ein neues paket rattenangriff paket nicer skin mit emote verändert sich der guck uns einmal an hier da ist das kamel heißt sie und halt dann kann man sich verwandeln in diesen kampfmaus stil finde ich voll cool aber weckling dazu ratenschwanz als axt okay dann lackierung ein ladebildschirm und natürlich das im mood 1800 das paket gefällt mir gut werde ich mir gleich holen dann haben wir hier raptor der ist nach 42 tagen zurück mit weg bringen und er hat noch einen weiteren stil in rot schimmer heißt das hier dann haben wir velocity ist natürlich genauso lange nicht da gewesen der hatte lila stil die bombertasche als bettbling dann kriegen wir den sturm bomber dazu und party löwe die axt alles nach 42 tagen zurück dann haben wir focus dies nach 57 tagen wieder da ja mit dem rucksack als bettbling dann haben wir fixierung auch nach 57 tagen zurück und dann gucken wir in der nächsten zeile da haben wir aus der ordens relikt der ist nach 31 tagen wieder da dann haben wir svenja die hat hier verschiedene klamotten einmal in normal dann haben wir grau in rote weste rote stiefel gelbe stiefel gelbe weste und svenja ist auch noch 31 tagen zurück dann haben wir die magengranate nach 59 tagen zurück weiterer stil und backblink im misspaket dann haben wir die treibhaustomate die ist auch nach 59 tagen da und backblink im misspaket und backblink dann haben wir den stachel klatscher und noch den rostigen pizzaschneider alles nach 59 tagen zurück dann gehen wir die täglichen da haben wir die pfadfinderin zurück günstiger skin nach 692 tagen zurück endlich mal wieder was selteneres dann haben wir schrecken fade dies nach 304 tagen zurück also auch schon etwas länger her hier mit schreckenschild und schreckenschläger dann haben wir den sauberen schnitt auch nach 693 tagen zurück schickel schickel ist nach 54 tagen wieder da wackeln nach 38 tagen und immer mit der ruhe nach 721 tagen somit das seltenste heute ja dann haben wir noch das level paket anschaltet von gestern ist noch dabei dann haben wir hier mehr angebote ok mal einmal rein anderland nexus paket mit aber ich sage 20 tagen wieder zurück mit dem herz als backblink dann gibt es da rave sticks lackierung ladebildschirm und was aber da noch noch ein ladebildschirm und das emot wo sie sich verwandelt wie gesagt nach 20 tagen wird zurück was war hinten noch da haben wir 8 teufels musikpaket mit remy bestialisches bord und seitenheb die axt bis nach 17 tagen wieder da hier haben wir die ganzen helden skins ich glaube die kennt mittlerweile auch jeder bräuchte ich wirklich nicht alle auch vorstellen die kann man halt hier verschieden ausrüsten das ist ein emoticon dazu und das emote wo man das an die wand schmeißen kann oder in die luft damen die herren das ist die helden ausrüstung dazu einmal die axt umhang und für die weg blicken die emoticons ja hier noch die sonderpakete und dann war es auch schon mit dem shop für heute mal hallo bis zum nächsten mal tschau eure semm